Seid gegrüßt Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde, wir gehen hier auf die Erinnerung 3 zu. Wir messen ein Luftattentat von der Seilerutsche H7. Okay. Wenn ich dich kriege, weide ich dich aus. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Bestimmt der Handlanger eines Adligen. Komische Kleidung. Vielleicht einer aus Trabzon? Oh no. Oh. Hier ist er. Ach du Arschloch. Hab ich den Kerl nicht schon mal gesehen? Ach, halt die Klappe. Ach, halt die Klappe. Ach, halt die Klappe. Ach, halt die Klappe. Gehen wir mal weiter. Verflucht! Er entkommt! Wir werden nicht entkommen. Verstand. Dafür wirst du sterben. Sollte ich vorerst mal weichen. Zwanzig Jahre in der Stadt, ein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben. Novaroma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn noch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Mörder. Dachtest du dir wohl? Jetzt auf! Wo ist er hin? Dort ist er! Auf ihn! Und das war nicht Sinn an Zweck. Wie lange willst du noch flichten, hä? Jetzt! Auf ihn! Bestimmt der Handlanger eines Adligen. Wohl kaum. Los! Was hast du denn in dem gefangen? Hab ich den Kern schon mal gesehen? Das war es für das funktionale Ziel. Und jetzt können wir einfach entkommen. Und jetzt können wir einfach entkommen. Schneidet ihm den Fluchtweg ab! Aha! Da! Und das war es für den Arsenal Einbruch. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr ja was zu tun ist. Wenn ihr Lust habt hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel das ihr hier sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom! Ciao, tschüss, euer Dom! Ciao, tschüss! Tschüss! Tschüss!